Ein wunderschöner Guten Tag! So dass ihr gewusst, mit dem schönen Wetter ist wieder Gin-Zeit. Bei uns, Weber von Esch, haben wir ungefähr 180 verschiedene Gin. Unter anderem ein von meinen Lieblings-Gin, der Gau Gin, aus Provence, Malaga, Andalusia, Spanien. Ganz schön, phänomenal, frisch, mit schönen Citrus und mediterranee Geschmack. Kommt da vorbei!